Hallo, wir sind das Duo Rahn. In den nächsten 45 Minuten wollen wir unsere Musik mit euch teilen. Wie unsere Musik klingt, das hört ihr gleich und wie sie zu beschreiben ist, das ist für uns ein ewiges Mysterium auf der Suche nach der passenden Begrifflichkeit. Da wollen wir auf euch bauen, welche Ideen habt ihr und diese Ideen könnt ihr gerne posten. Jetzt geht's los mit dem Stück Wasserwerk 2. All das, was gerade nicht geht, zum Beispiel Party im Wasser, kommt in diesem Stück vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das nächste Stück ist ein Hommage an eine Spielfilmserie aus dem letzten Jahrhundert. Die Hauptperson ein hyperaktiver Polizist und ein Bösewicht namens Fantomas, der immer eine glatzköpfige Maske getragen hat. Kommissar Reisner an der Gitarre verfolgt Flau Thomas. Musik 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 So, während ich die Ansage mache, das Setup für das nächste Stück, es handelt sich nämlich um folgendes, es geht um das Thema Wasser und ich war sehr erstaunt, neulich zu hören, dass von dem Ganzen, was die Erde als Planet ausmacht und wie tatsächlich zwei Drittel aus Wasser bestehen, allerdings sind davon nur drei Prozent trinkbares Süßwasser und das warf nochmal meine Aufmerksamkeit auf dieses Thema, wie kostbar solches Trinkwasser eigentlich ist und wie komisch, verschwenderisch man manchmal damit umgeht. So sind wir dann zu dem Titel gekommen, eine Handvoll Wasser, so heißt nämlich das nächste Stück. Musik 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 Barock inspiriert die Spielfiguren der Querflöte, unterlegt mit rockigen Gitarrenfiguren. Postfix Musik 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 So, das nächste Stück hat wieder ein ganz klares Thema, wie überhaupt alle unterschiedlichen klares Thema haben. Aber hierbei ist es noch klarer als sonst, weil es handelt sich ums Radfahren. Wir sind nämlich beide begeisterte Radfahrer und irgendwie dachte ich, man müsste das mal in ein Stück Musik umsetzen. Dieses Meditative auf der einen Seite, dieses Kraftzehrende auf der anderen Seite und dann auch wieder dieses Befreiende. Vielleicht findet der eine oder andere das ja in nachfolgender Komposition wieder. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das nächste Stück spielt mit folgendem Gedanken, dass man immer sagt, wir sehen uns an den 14 Tagen und nach 14 Tagen kann alles Möglichen alles Mögliche total anders sein, und deswegen habe ich mich mal mit dem Gedanken befasst, was ist eigentlich am Tag 15, und weil da alles ganz anders ist, spielen wir jetzt das Stück Tag 15. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Musik 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 Ein exotisches Instrument, das Ewi acht Oktavenumfang und klingt sehr elektronisch. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Tschüss.